Ja, es ist ein bisschen mehr gewesen. Bei uns kamen wir jetzt gerade so ein paar Blätter erst. Wir haben ja auch mal... Wie das für ein... Als wir dann so noch 15 Tage nach Hause kamen, wie grün das alles schon war und dann war gar nichts, ne? Weil da ist das ja extremer. Die laufen immer so, hoppel, hoppel. Das war's für heute.